Moin moin liebe Super-Sucht-Tees, mein Name ist Fluppi. Oha, was ist denn da los bei Steam? Spiele teilen? Ein neues Feature für Steam soll bald in die Beta-Phase gehen, und zwar nächste Woche. Worum geht es? Das Ding heißt Steam Family Sharing, teile deine Spielbibliothek mit Freunden und Familie. Wie soll das funktionieren? Das Beste an dem Feature ist wohl, dass ihr nicht euren PC verlassen müsst, nur weil der kleine Bruder auch mal Skyrim zocken möchte. Der Hosenscheißer kann das jetzt auf seinem PC machen, auch wenn das Game in eurer Bibliothek ist. Safe-Files und Erfolge werden getrennt gespeichert für jeden User. Probleme gibt es erst, wenn zwei Leute gleichzeitig ein Game zocken wollen. In diesem Fall hat der ursprüngliche Besitzer der Bibliothek Vorrecht. Auch wenn der Bruder schon zockt und ihr jetzt zocken möchtet, werdet ihr bevorzugt. Coole Sache? Könntet ihr dieses Feature gebrauchen? Mehr News und Gameplay haben wir für euch täglich. Abonniert uns, liked das Video oben links. Das ist die Playlist mit all den News und diese Videos haben wir auch für euch.